Wir sind TicketScript, der europäische Marktführer für Lösungen im Bereich Self-Service-Ticketing und Promotion. Inzwischen gibt es uns in sieben europäischen Städten. Wir statten über 30.000 Events und Veranstaltungsorte mit einem Plug-and-Play-Online-Ticket-Shop aus. Das führt zu einem Verkauf von Millionen von Tickets pro Jahr. Viele Veranstalter nutzen bereits unsere Services. Sie auch? Als Organisator erhalten Sie Zugang zum Herzstück von TicketScript. Einer übersichtlichen Benutzeroberfläche mit Echtzeit-Statistiken, wie zum Beispiel der Anzahl an verkauften Tickets, Umsatzinformationen und Besucherdaten. Im Dashboard legen Sie Ihr Event an. Sie bestimmen die Art und den Preis der Tickets. So können Sie beispielsweise ein Aktionsticket erstellen, das ein oder mehrere Male gültig ist. Für jedes Ticket legen Sie zudem den Verkaufszeitraum fest. So bestimmen Sie zum Beispiel, dass ein Frühbucherticket nur bis zu einem bestimmten Datum erhältlich ist. Wählen Sie selbst die Verkaufskanäle oder Verkaufsstellen, über die Ihre Karten erhältlich sein sollen. Sie können hier so viele Verkaufsstellen einrichten, wie Sie möchten. Sie bestimmen für jede Verkaufsstelle, egal ob online oder offline, welche Tickets dort verkauft werden sollen. So können Sie beispielsweise ein Aktionsticket exklusiv über Ihren Facebook-Ticket-Shop oder eine Partner-Website anbieten. Zudem ist der Vorverkauf von Hard-Tickets über mehr als 600 physische Vorverkaufsstellen in Deutschland möglich. Im Menüpunkt Ticketshop im Dashboard erstellen Sie ganz einfach einen Ticketshop, wenn Sie möchten, sogar im Stil Ihrer Website oder Marke. Mit einem Skript lässt sich der Ticketshop problemlos in Ihre Website implementieren. Der Ticketshop ist sehr benutzerfreundlich und übersichtlich. Der Besucher muss kein Konto einrichten, um sein Ticket zu kaufen. Er selbst entscheidet, wie er seine Karte erhält, per Mobiltelefon oder per E-Mail. Außerdem wählt er die gewünschte Zahlungsmethode aus. Während dieses Vorgangs kann der Besucher seine Facebook- und Twitter-Freunde mit einem Mausklick informieren, dass er ein Ticket gekauft hat. Für Sie bedeutet das zusätzliche kostenlose Werbung. Über Ihr Konto verknüpfen Sie Ihr Ticketscript-Dashboard direkt mit Ihrer Facebook-Funpage und Ihrem Twitter-Konto. Danach können Sie direkt vom Dashboard aus Tweets versenden und Ihren Ticketshop in Ihre Facebook-Funpage integrieren. Das Ticketscript-Dashboard bietet eine Vielzahl nützlicher Funktionen, die den erfolgreichen Verkauf Ihrer Tickets und eine einfache Ticketkontrolle am Eingang des Events ermöglichen. Sie können Besucher mithilfe einer digitalen Gästeliste einladen, Massen-SMS und E-Mails versenden sowie Besucherlisten ausdrucken. Ihre Besucher können dank Ticketscript schnell und sicher auf das Veranstaltungsgelände eingelassen werden. Die E-Tickets und Handy-Tickets sind mit einer Ticketnummer und einem einmaligen Barcode versehen, der am Eingang geskannt wird. Von der Gästeliste bis hin zum drahtlosen Einlasssystem, einschließlich personeller Unterstützung vor Ort. Ticketscript bietet für jede Art von Veranstaltung eine passende und kostenlose Einlasslösung. Mit dem Ticketscript-Dashboard haben Sie Zugriff auf Echtzeitstatistiken. Sie können Verkaufsberichte erstellen und sehen, welcher Verkaufskanal am beliebtesten ist. Außerdem erstellen Sie mühelose Berichte mit demografischen Informationen Ihrer Besucher. Im Dashboard können Sie außerdem eine Online-Datenbank mit allen Besucherdaten für zukünftige Marketingkampagnen erstellen. Selbstverständlich können Sie diese Daten auch exportieren. Mit dem Ticketscript-Dashboard haben Sie alles unter Kontrolle. Wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen an einem erfolgreichen Event. Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen vor, während und nach dem Event zur Verfügung. Besuchen Sie jetzt ticketscript.com oder kontratieren Sie Ihren Sales Manager, um Ihren eigenen kostenlosen Ticketshop einzurichten. Beginnen Sie noch heute mit dem Kartenvorverkauf für Ihr nächstes Event. Ticketscript. Behind every ticket sold.